Da ist er wieder, der Forellengott. Sonntagabend und es geht wieder richtig steil in eine neue Woche. Mega viel Fisch, mega viele Events, mega viele Aktionen. Das ist halt das Angelresort und das geht jetzt am Wochenende auch wieder richtig steil oder ins Wochenende richtig steil. Wir haben am Donnerstag wieder mega Besatz am Forellensee Rosenweiher. Da gibt es riesengroße Goldforellen, 3500 Gramm bis 5000 Gramm. Und dann haben wir die Lachsforellen, die wir da besetzen. Die haben 3000 bis 6000 Gramm und dann kommen die Regenbogenforellen dazu. Also die Kabine hat 500 Kilo Fisch, die da direkt für euch in den See gehen. Das ist Fangen ohne Grenzen, aber wir haben diesmal noch eine kleine Zusatzveranstaltung für die Goldforellen. Wer vom 5., vom 6.9. bis 9.9. die schwerste Goldforelle fängt, der kriegt von uns 150 Euro Bar Cash. Also ihr könnt sehen, 150 Euro, die schwerste Goldforelle. Zählt das ganze Wochenende von Donnerstagabend an. Dann wiegen kommen, wir wiegen den Fisch. Das Ganze wird dokumentiert, halten wir bei Facebook fest. Und dann Sonntagabend wird die Siegerärgerung stattfinden. Schwerste Goldforelle am Rosenweiher. 150 Euro Bar Cash in die Hand. Dann gibt es den Sachpreis Samstag am Samstag. Da gibt es eine KitchenAid. Wir haben als erster Angler 15 Forellen fängt. Der bekommt von uns eine Kaffeemaschine. KitchenAid, jeder kennt sie. Hochwertig, elegant, mega fett. So wie das Angelresort. Also, ihr wisst Bescheid. Abends Einlass für einen Nachtangler ist 17 bis 20 Uhr. Auch Donnerstagabend. Und dann geht es richtig rund. Schwerste Goldforelle, 150 Euro. Wir sehen uns. Ich bin da. Martin wird da sein. Das Angelresort ist da. Der Fisch ist da. Und jetzt warten wir nur noch auf euch. Bis dann.